Musik So, hallo und herzlich willkommen. Ich möchte euch heute ein paar Tipps für das Apexis Event geben. Und zwar befinde ich mich gerade mit meiner Magierin, der Leneva. In der Garnison. So, das Apexis Event beginnt um Mittwochs um 0 Uhr 1 und endet die Woche darauf Montags um 23 Uhr 1. Und in dieser Woche habt ihr Zeit. Es gibt nämlich hier eine kleine Quest in der Garnison. Da sitzt nämlich so ein Ork und der möchte von uns immer je nach Event was anderes. Wenn das Apexis Event aktiv ist, möchte dieser, dass wir 5 Bonusziele, die eben Apexis Kristalle gewähren, abschließen. Und gibt uns dafür einmal 1000 Ressourcen, 1500 Öl und 5000 Apexis Kristalle. Wir haben dann die Möglichkeiten, diese entweder im Tannern-Dschungel abzuschließen oder eben in den Zonen Duranos. Da bekommen wir ja die Quests für aus unserer Garnision von dem Tisch. Oder wir kaufen uns die Sperrberichte. Oder wir haben eben eine Garnisionskampagne aktiv. Anders können wir diese Ziele nämlich in der Außenwelt Duranos nicht abschließen. Denn im Tannern-Dschungel sind diese ja so gut wie immer da. Ja, rechnerisch lohnt sich auch der Tannern-Dschungel etwas mehr. Warum, werde ich euch dann gleich noch ein bisschen erzählen. Wichtig ist halt auch noch, dass ihr so ein bisschen was fürs Fliegen fahren könnt. Beispielsweise eben Ruf oder eben, wenn ihr euch doch für die Außenwelt Duranos entscheidet, Sicherungsquests. Nun werde ich mich aber erstmal in den Tannern-Dschungel bewegen. Bis gleich! Ja, ich befinde mich jetzt gerade mit meiner Jägerin im Tannern-Dschungel. Ich habe jetzt schon eine Quest abgeschlossen, aber das hat jetzt mit dem eigentlichen Grundbeschehen nicht zu tun. Den Tannern-Dschungel empfehle ich euch auf zwei Tage aufzusplitten, da ihr so den meisten Nutzen daraus bekommt. Wir bekommen ja einmal hier eine Haupt-Daily von diesem Tisch, die uns 2000 Apexis-Kristalle gewährt bei Abschluss. Dieser Abschluss zählt auch für diese Weekly. Somit hätten wir, wenn wir diese machen, schon mal eine. Danach bekämen wir ja bei den rechts stehenden NPC noch mal eine Quest für zwei weitere Bonus-Ziele. Diese würden wir am ersten Tag halt eben abschließen. Somit hätten wir drei von fünf den ersten Tag fertig. Und würden am zweiten Tag dann einmal die Haupt-Quest und noch ein Nebenziel machen. Natürlich immer schön die Sonder-Quests mitmachen, die eben hier auch Hof gewähren und oder sich jetzt mal noch Ressourcen. Denn es empfiehlt sich, das dann damit zu verknüpfen, welche Quests wir jeweils von der Genome hinbekommen beispielsweise. Und dann in dieses Gebiet zu fliegen. Rechnerisch lohnt es sich auch den Tannen-Dschungel zu machen. Diesen hätten wir an zwei Tagen eben fertig. Die Sicherung von Draenor, also diese Außenwelt, sag ich jetzt mal, dafür bräuchten wir schon fünf Tage. Weil nicht unbedingt jeder die Ressourcen hat, sich da die Sperberichte zu holen. Oder eben, die nicht noch die Kampagnen aus der Garnition hat. Wären aber auch rein rechnerisch, wenn wir es so sehen. Fünf mal 800, das wären 4.000. Und dann eben die 5.000 bei Abschluss, dann wären wir bei 9.000. Wenn wir jetzt hier im Tannen-Dschungel alles machen, sind wir insgesamt bei 16.900 Apexes. Das ist halt in zwei Tagen. Und wir würden an Ressourcen kommen, circa 3.500 bei der Handelsbefeten. Und 3.000 bei dem Orden der Erwachten. Welche Ziele ihr machen könnt? Also im Tannen-Dschungel sind es alle. Die sind ja auch immer verfügbar. Und auch in der Außenwelt zählt jedes Bonusziel. Die habe ich auch nochmal in meinem Beitrag dazu auf meiner Homepage geschrieben, wie die heißen. Da könnt ihr dann nochmal nachgucken. Wichtig ist halt einfach, soweit wir uns in so ein Bonuszielgebiet reinbegeben, und ploppt hier rechts in der Ecke halt so eine Leiste auf. Wenn diese auf 100 ist, dann ist das Gebiet als abgeschlossen markiert. Und wir bekommen dann diesen Abschluss unserer Weakley gut geschwiegen. Diese Weakley könnt ihr nur einmal pro Charakter machen. Wenn ihr jetzt mehrere Twinks habt, könntet ihr natürlich öfters machen. Aber das ist schon ein Wetterbonus, um sich hier ein bisschen eben Apexis-Pristalle aufzufarmen. Denn es gibt ja immer noch Leute, die möchten gerne das Reitier von der Fraktion Orden der Erwachten. Diese riesengroße, riesengroße Wabenschwinge. Und die kostet ja schon irgendwie 150.000. Aber so haben wir schlussendlich 16.900, also fast 17.000 wirklich Apexis-Pristalle schon mal in zwei Tagen dabei. Und ja, sonst gäbe es eigentlich nicht viel zu sagen. Jedem das Seine. Also wenn ihr, wie gesagt, fürs Fliegen hier noch nicht braucht, dann empfehle ich euch halt auch den Tannan-Dschungel. Wenn ihr auch mehr Apexis-Pristalle raushaben möchtet, ebenfalls den Tannan-Dschungel. Wenn ihr jetzt beispielsweise aber noch Quests für die Sicherung von Draenor braucht und einfach euch nicht überwinden könnt, hier Garnitions-Ressourcen dafür auszuschleudern, dann könnt ihr natürlich in diesen fünf Tagen diese Außenquests machen. Da sollte ich euch aber warnen, es kann sein, dass es doppelt kommt. Also es muss nicht immer sein, dass ihr was bekommt, was ihr noch nicht hattet. Wichtig ist, ihr könntet so aber eventuell die Gruben-Quest machen, weil sie könnt ihr euch nämlich als Speerbericht nicht kaufen. Alles andere könnt ihr euch mit 200 Ressourcen kaufen. Aber das nicht. Ich wünsche euch natürlich ganz viel Spaß beim Farben der Kristalle. Bedanke mich fürs Ansehen und würde mich über einen kleinen Follow natürlich freuen. Bis dahin, wir sehen uns. Ciao!